Mein Name ist Sannas. Ich bin Schreiberin und Aktivistin. Ich bin in Teheran geboren und aufgewachsen und irgendwann zum Studium nach Deutschland gekommen. Hallo Sannas. Hi. Lena hat sich gefragt, wie bist du im Iran aufgewachsen? Ich bin zusammen mit meiner Mama und meiner Schwester aufgewachsen. Meine Mama war eine alleinerziehende Mutter. Ja, wir sind in so einem Frauenhaushalt aufgewachsen. Deswegen wurde ich jetzt heute auch als feministisches Haushalt bezeichnen. Dann bin ich zur Schule gegangen, dann habe ich da studiert und so bin ich aufgewachsen. Renata möchte wissen, was studierst du? Also ich habe Mathematik studiert, dann habe ich Wirtschaftsmathematik studiert hier. Dann irgendwann habe ich auch angefangen, Gender Studies zu studieren, halt nebenbei. Und jetzt fange ich mit meinem Master an, Gender und Queer Studies zu studieren. Ja, also ich war immer politisch engagiert oder ich hatte auf jeden Fall Interesse an Politik, aber für mich und viele andere Menschen, die ich kenne, gab es keine Möglichkeit, was anderes zu studieren und Kulturwissenschaft oder was in die Richtung Politik. Zu allen wegen der politischen Lage im Iran, aber zum anderen, weil du mit Kunststudium oder mit Literatur oder vieler interessanten Sachen auch keinen Job kriegst. Ich hatte eigentlich auch Lust, ein bisschen theoretischen Hintergrund auf meine aktivistische Arbeit zu bringen und das war der Grund, warum ich mich entschieden habe, Gender Studies zu studieren. Willi Wonka45 möchte wissen, wie geht es dir mit der momentanen Situation im Iran? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es mir geht. Ich glaube, ich war in den letzten Tagen und Wochen, war ich so krass beschäftigt im Sachen tun und organisieren, dass ich so glaube ich keine Zeit zwischendurch hatte, um nachzudenken, wie es mir geht. Ich glaube nicht so gut, aber ja, unterschiedlich. Ich erlebe jetzt gerade unterschiedliche Emotionen von Wut bis Trauer bis Glück, alles innerhalb von einem Tag. Seit zwei Wochen hat die iranische Regierung versucht, das Internet abzuschalten und seitdem kann man halt die Leute vor Ort sehr, sehr schlecht erreichen. Joshua fragt, denkst du, dass es im Iran zu einer Revolution kommen wird? Die Revolution ist schon da, würde ich sagen. Es ist eine feministische Revolution. Ganz ehrlich, Menschen schreien, rufen auf der Straße, Jenjian Azadi. Das ist eine Parole von der kurdischen Befreiungsbewegung. Und allein das ist einfach an sich extrem revolutionär. Nicht nur im Iran, sondern auch in Deutschland, weil Kurdinnen und generell kurdische Freiheitsbewegung wird sehr, sehr krass kriminalisiert und illegalisiert. Und alleine diese Parole auf der Straße in unterschiedlichen Ländern zu hören, ist für mich eine Revolution. Ich meine, Menschen auf der Straße machen jetzt die größte feministische Revolution und Tagesspiegel und andere Medien schreiben hier Kopftuchproteste. Also es heißt, dass es Deutschland noch nicht dafür bereit ist, die politische Handlungsfähigkeit von anderen Menschen, aber vor allem auch andere Queere und Frauen in anderen Ländern wirklich anzuerkennen. Sarah A. möchte wissen, wie können wir Frauen im Iran helfen? Also erstens würde ich sagen, nicht nur Frauen, sondern unter anderem sind auch viele queere Menschen, die auch auf der Straße kämpfen. Von daher würde ich das gerne sagen, dass es halt einen intersektionalen Kampf auch sein muss, weil viele Transmänner, viele nicht-binäre Personen sind ja auch Menschen, die dazu gezwungen wurden sind, um Kopftuch zu tragen. Deswegen ist die Frage, wie können wir halt die Menschen im Iran vor Ort unterstützen? Wir wissen, was oder wie die Medien funktioniert und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir es halt nicht zulassen, dass diese mediale Aufmerksamkeit irgendwann aufhört. Weil wenn das hier aufhört, dann heißt das brutale Ermorderung von Menschen auf den Straßen. Deswegen ist es gerade unsere Verantwortung, erstmal halt allen Räumen und allen Plattformen zu nutzen und darüber zu sprechen und darüber immer wieder zu sprechen, erstens. Und zweitens einfach unsere Privilegien zu nutzen, um die Stimmen von Menschen vor Ort zu supporten. Gerade streiken Menschen, also der Aufruf zum Streik kommt von GewerkschafterInnen, von ArbeiterInnen, von LehrerInnen, von RentnerInnen, von Studierenden und wir müssen halt diesen Streik unterstützen. Und dafür müssen wir auch Druck auf die deutsche Politik aufbauen, damit die den Streik, aber auch die Proteste im Iran zu unterstützen. Der Druck muss halt von unten nach oben kommen und nicht von oben nach unten. C.Z. hat sich gefragt, wie stehst du zum Kopftuchverbot? In Deutschland? Scheiße, ich finde es genauso. Also ich meine, es geht ja, was halt dabei wichtig ist und was die Rechte versuchen in Deutschland zu machen, ist auch halt den Kampf von Menschen im Iran für ihre eigene Agenda zu instrumentalisieren und zu sagen, ach guck mal, die wollen ja auch kein Kopftuch. Es geht am Ende des Tages um das Recht auf Selbstbestimmung und die Menschen, die auf der Straße gehen, sind ja auch nicht alle Menschen, die unbedingt kein Hijab tragen wollen, auch unter anderem, aber die sind halt Menschen, die gegen Kopftuchzwang sind. Und Kopftuchzwang würde ich halt gerne auch mit Kopftuchsverbot in Deutschland vergleichen, weil es geht ja auch hier genau um dasselbe Recht, um das Recht auf Selbstbestimmung und dass die Frauen und weiblich gelesene Personen oder auch queere Menschen selber entscheiden können, was die fucking anziehen wollen. Apfellava interessiert. Wie ist deine Mutter aufgewachsen? Sie ist auch mit einer Schwester aufgewachsen und mit ihren Eltern. Sie war 17, glaube ich, als die Revolution passiert ist. Irgendwann ist sie auch nach der Revolution nach Frankreich gezogen, auch zum Studieren und dann während des Iran-Irak-Krieg ist sie zurück nach Iran gezogen, weil sie das nicht mehr konnte, halt so fern von der Familie zu sein, was ich jetzt nachhinein verstehen kann. Ja, und dann irgendwann hatte sie uns. Niemand würde, glaube ich, mit 60 nach einem anderen Land ziehen möchten. Ike ist natürlich nicht super, weil sie halt das alles miterlebt und alle anderen Menschen werden auf der Straße ermordet und sie macht sich halt Angst um uns natürlich, auch um allen anderen. Mit 60 soll man eigentlich so ein sicheres Leben haben. Man muss halt so Grundsicherheit haben und keine Angst vor der Zukunft haben. Ich würde auch nicht gerne sie hier haben, um ehrlich zu sein, weil ich weiß einfach, was das bedeutet, hier als Migrantin oder Geflüchtete zu leben. Und das wünsche ich mir halt eigentlich niemanden. Das soll halt das Recht aller Menschen sein, aber es ist einfach so menschenunwürdig, wie die Menschen hier behandelt werden und das wünsche ich mir meine Mutter nicht. Sertak Aslan hat sich gefragt, welchen alltäglichen Dinge vermisst du am meisten aus der Heimat? Ich mag einfach das Wort Heimat nicht, weil also erstens, weil es einfach so krass instrumentalisiert wurde von dem Rechten in Deutschland und weil ehrlich gesagt so, ich glaube in Deutschland, also Deutschland ist auch so sehr, sehr so heimatsgeil, würde ich es so sagen. Alle fragen so, woher kommst du? Und halt so auch sehr, sehr so land- und staatsbezogen. Ich meine, niemand fragt so, mit welchen Menschen warst du unterwegs? Es gibt halt so eine sehr, sehr klare Vorstellung von was Heimat heißt, was bei dir zu Hause heißt und es ist sehr, sehr homogen. Deswegen würde ich sagen, klar, ich vermisse halt so Freundinnen und Sprache und so ein Teil von mir selbst, den ich nicht unbedingt in anderen Orten erleben darf. Nicht, weil es so geografisch nicht möglich ist auch, aber weil es, ja, weil es halt nicht gibt. Ich fühle mich halt sehr in der persischen Sprache zu Hause. Ich glaube, das fehlt mir sehr oft, halt ein bisschen wie im Pyjama zu sein, zu Hause zu sein. Ja, Menschenbegegnungen, einige Straßen, aber ich glaube so, es ist immer eine Herausforderung für Menschen in Indiaspora, eine so reale, echte Vorstellung oder so ein Bild zu haben von dem, was man alles da vermisst. Weil ich meine, dieses Bild, was man halt von der Vergangenheit hat, ändert sich ja auch mit der Zeit und irgendwann merkst du nicht mehr, was halt so wirklich das richtiges Bild war und was nicht. Deswegen, es gibt halt viele Momente, die ich vermisse, aber ich kann jetzt nicht mehr wirklich sagen, ob die wirklich passieren sind oder nicht. Oder sind die einfach alle meine Gedanken oder meine Vorstellungen und die Bilder. Persisch ist eine geschlechtneutrale Sprache. Ich glaube, das ist so das Allerschönste. Man kann einfach sagen, uh, und das ist geschlechtsneutral. Hier wird die ganze Zeit darüber geredet, so ja, gendern und nicht gendern. Und so einer der Argumente ist immer so, ja, gendern ist mega schwer für die Menschen, die nicht Muttersprachler sind. Und ich frage mich so, hä, aber das ist hunderttausendmal schwerer, jemandem erstmal zu erklären, hey, du solltest sagen, so das, der, die. Persisch ist auch die Sprache, die wirklich brutal verwendet wurde, um diese Nationalsidentität in dem ganzen Land zu erzeugen. Deswegen ist es, ich weiß, dass es auch eine sehr krasse und traumatisierende Sprache ist für viele Menschen, für KurdInnen, für AraberInnen, für Baluchis im Iran, weil die dürfen ja nicht in der Schule ihre Muttersprache sprechen. Also Persisch ist halt für viele einfach mit Gewalt und Assimilation assoziiert. Longing for the Moon möchte wissen, wie bist du auf die Idee gekommen, Miklum zu gründen? Ich habe in den letzten sechs Jahren in unterschiedlichen Organisationen, vor allem halt Sozialorganisationen, gearbeitet mit dem Schwerpunkt, ja, Migration und Projekte mit geflüchteten Menschen und MigrantInnen. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, ich kann es einfach nicht mehr, weil diese ganzen sozialen Sektoren reproduzieren genau dasselbe System. Also dass es halt wieder so eine Macht-Hierarchie gibt, wer bestimmt, was jetzt für geflüchtete Menschen gut ist, dass wir halt so wieder in so einen Rollen so reinrutschen. Mit einigen FreundInnen und GenossInnen haben wir voll viel gesprochen, dann haben wir gesagt, okay, wir machen unser eigenes Ding und wir machen halt politische Arbeit. Aber vor allem mit dem Schwerpunkt so Antirassismus und Intersexualität, aber halt explizit für und von Menschen mit Migrationserfahrung. Weil klar, wir haben halt unterschiedliche, sehr komplizierte Identitäten, aber ich finde es gerade super, super wichtig, dass viele Menschen, die nach Deutschland kommen, Migrationserfahrung haben, einfach auch nicht in den antirassistischen Szenen mit einbezogen werden. Die Räume sind nicht zugänglich, man hat dieses soziales Kapital, um halt Räume zu erreichen und Netzwerke zu erreichen. Es gibt halt sprachliche Höhlen. Und deswegen war das die Idee, okay, Räume zu schaffen, wo halt Menschen aus unserem Bubble, aber generell Menschen mit Migration und Fluchterfahrung auch sich mit solchen Themen erstens befassen können, aber auch sich politisch engagieren können. Natürlich mit dem Team von Meclum, aber auch mit anderen Menschen haben wir die Kampagne Nicht ohne uns 14% gegründet. Nicht ohne uns 14% ist eine Kampagne für das Wahlrecht für alle Menschen ohne deutschen Pass. Es kommt von den Gedanken heraus, dass 14% der aller volljährigen Menschen in Deutschland kein Wahlrecht haben, weil die keinen deutschen Pass haben. Und es sind die meisten Menschen, die auch von Armut und Rassismus betroffen sind. Und seitdem ist mein Schwerpunkt eher auf politische Teilhabe, demokratische Teilhabe für Menschen, also außerhalb dieses nationalstaatliches Konstrukt. Und ja. Winnie Pooh möchte wissen, inwiefern haben Deutsche ein falsches Bild vom Iran? Also die Vorstellung in Deutschland von anderen Ländern und anderen Bevölkerungen und anderen Menschen außerhalb von Europa ist halt nicht nur sehr, sehr eurozentrisch, sondern auch so germanzentrisch, indem das alle politische Diskurse so westernized wird und angedeutet wird. Und auch die politische Linke in Deutschland fehlt einfach diese Fähigkeit, um auch politische Realitäten und Lebensrealitäten von anderen Menschen in anderen Ländern zu kontextualisieren. In Deutschland sind die IranerInnen zum Beispiel entweder, ja keine Ahnung, gute Ärzte, gute MigrantInnen und so weiter oder die sind scheiß Ausländer, weil es nur halt diese Dualität gibt. Und in vielen Analysen oder in vielen diesen Bildern fehlen einfach wichtige Merkmale wie Klasse, Geschlecht, Orte. Ich meine, Iran hat halt unterschiedliche ethnische und nationale auch Gruppierungen. Das ist halt alles, was da in diesem Bild von dem Iran fehlt. Und in Deutschland gibt es ja auch solche Iran-Experte, whatever that means so, oder Iran-ExpertInnen. Ich meine, die Frage, also ein Begriff an sich ist einfach so sehr absurd, weil wer ist bitte denn Deutschland-Expert? Das ganze Gedanken dahinter, wer als Expert für was bezeichnet wird und dass ein ganzes Land ein Experte hat. Das beschreibt, glaube ich, richtig gut, wie Deutschland, was für ein Bild Deutschland von dem Iran hat, dem Iran. Also easy as it klingt. Entweder müssen wir das Bild die ganze Zeit reproduzieren oder halt die ganze Zeit widersprechen, indem wir Filme machen, und dann war so, ah, eigentlich sind die Menschen im Iran auch cool, so Party-Szene im Iran, oh, die singen ja auch, die machen so irgendwelche Club-Dänge auf der Wüste. Und solange wir in diesem Narrativ sind, dann sind wir halt auch in diesen Dualität gefangen. Deswegen ist ja in den letzten Jahren halt auch nichts Neues passiert, nicht nur in Bezug auf Iran, sondern auch in Bezug auf vielen anderen Ländern, weil es immer halt darum geht, diese koloniale Narrative zu reproduzieren. Maximilian Hoffmann möchte wissen, spiegelt aus deiner Sicht die Berichterstattung in Deutschland die Geschehnisse im Iran wider? Nein, ich finde, dass die Berichterstattung in Deutschland sehr, sehr wieder die alten Narrativen reproduziert. Es ist sehr reduzierend, es ist immer kurz, die Proteste, die feministische Revolution wird auf Kopftuch-Proteste reduziert. Nicht, weil es nicht um Kopftuch nicht ging. Natürlich geht es ja auch um Zwangsüge ab, aber es geht um viel mehr. Warum wird Jian Jian Asadi nicht über Jian Jian Asadi in Berichterstattung geschrieben? Diese homogene Blick, die Komplexitäten kommen gar nicht da rein. Ich finde es einfach fürchterlich. Die falschen Bilder werden benutzt. Ich meine, wir haben eine feministische Demo organisiert, wir haben da gesagt, hey, keine Flagge, so feministisch, intersektional, gegen Nationalismus, gegen Kapitalismus. Und dann Tagesspiegel, so an dem Tag, schreib so und mach so eine Berichterstattung über die Demo mit einem falschen Bild von einer anderen Demo mit tausenden Flaggen, wo du denkst, ey, Alter, also dann ist uns halt lieber, wenn ihr keine Berichterstattung macht, wenn ihr das so falsch machen wollt. Ich glaube, soziale Medien machen jetzt gerade, was halt die ganze Zeit von der JournalistInnen gemacht werden sollte, aber nicht gemacht wird. Also einzelne Personen und AktivistInnen leisten einfach gerade die Arbeit von der ganzen Mediengesellschaft in Deutschland. Und das ist extrem wichtig, weil genau halt Menschen, die früher wegen ihrem fehlenden sozialen Kapital, aber auch wegen diesen ganzen Machtstrukturen nicht zum Wort kommen konnten, können jetzt zu Wort kommen. Und ich glaube, gerade deswegen finde ich das auch sehr, sehr wichtig, die Stimmen von Menschen und JournalistInnen, die in beiden Sprachen journalistisch unterwegs sind, zu erhöhen. Weil wenn man in eine andere Sprache sozialisiert wird und aufgewachsen wird, wie halt viele Menschen in Deutschland und keinen Zugang zu der anderen Sprache hat, dann wiederholt man auch die ganze Zeit diese Narrative. Wenn man aber einen Zugang zu dem Ort und zu dem Kampf und zu Bewegung auf der Straße finden will, dann muss man auch erst mal bereit sein, diesen Raum zu verlassen und halt diesen anderen Kontext zu verstehen. Es gibt gerade einfach so übertrieben viele krasse Texte, die auf Persisch geschrieben werden von den Menschen, die gerade vor Ort sind und diese Texte müssen halt hier auch einen Platz bekommen. Petty interessiert. Was würdest du gerne direkt in unserer Gesellschaft verändern? Ich glaube, meine erste Frage wäre, oder auch mein erster Schritt zu so einer Lösung wäre, diese Frage klarer zu definieren, wer wir sind und wer die anderen. Ich glaube, das ist das größte Problem. Und in Deutschland wird halt sehr viel von uns und unserer Gesellschaft und unserer Demokratie und unserer Menschen geredet. Und ich glaube, daran liegt einfach das Problem. Und solange wir Menschen halt in diesen zwei Kategorien von wir und uns und unsere Leute und unser Europa und unsere Grenzen und die halt allen anderen, denen Leben scheißegal ist, weil die sind ja halt nicht wir so kategorisieren können wir. Das können wir halt so keinen Weg zu sozialer Gerechtigkeit finden. Und ich glaube, was ich super gerne nicht nur in der deutschen Gesellschaft, sondern auch generell verändern würde, ist halt, wie wir Solidarität verstehen und auch üben. Und ich glaube, Deutschland hat aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr großes Empathieproblem. Emilia Roack in ihrem Buch sagt zum Beispiel, sie nutzt dieses Begriff Empathiegap und das finde ich sehr, sehr gut, weil darum geht es eigentlich. Weil solange diese Empathiegap zwischen diesen marginalisierten und unterdrückten Gruppen und halt die Dominanzgesellschaft existiert, dann ist ja immer die Aufgabe der marginalisierten Gruppen für sich und für ihr Menschenleben und für ihre Werte und für halt so normales Leben zu kämpfen. Ich kann mir kein Bild von einer solidarischen Gesellschaft vorstellen, in dem Menschen halt nicht liebevoll und nicht empathisch füreinander da sind. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann klickt mal hier. Und wenn ihr euch dafür interessiert, was Atlas über dieses Thema gemacht hat, dann klickt hier.